Ne, und dann, wie gesagt, kommt noch. Schnell vom Thema ablenken. Nicht gut. Aua, mein Fuß. Alter, jetzt sag doch endlich mal, was kommt. Äh, ja. Jetzt bin ich unter Druck. Orientier. Orientier. Ori. Es ist nicht hier, wo wir sind, ne? Es ist nicht hier, wo wir sind, ist eine geile Aussage. Aber wir sind hier am Wasser und deswegen gehe ich mal schnell mal zum Wasserloch und trinke was. Also, ich gehe, ich habe es natürlich nicht mitgenommen. Warum auch einen Sack mitnehmen? Ist scheißegal. So, wie weit sind wir noch von zu Hause entfernt? Ja, wir sind vollkommen in der... Alter, wo fliegt denn der Typ hin? Alter. Ich glaube, wir müssen mal nach dem Weg fragen, aber ich frage nicht nach dem Weg. Nein, dann kommt noch Heavy Rain. Also, das Remaster-Tipp von Heavy Rain kommt noch raus. Das werde ich definitiv aufspielen. Wie gesagt, am 28. oder 29. glaube ich, kann ich das downloaden. Das wäre drei oder vier Tage vor Release. Finde ich super. Freue ich mich drüber. Und, wenn es denn endlich mal soweit ist, Need for Speed für PC. Denn ich möchte das eigentlich viel lieber auf PC spielen. Ich weiß nicht warum. Ich bin sowieso eher so ein PC-Spieler anstatt ein Konsolenspieler. Konsolen waren... Okay, eigentlich war ich früher mal ein totaler Konsolenspieler. Playstation 2. Aber da hatten wir auch keinen anständigen Computer. Jetzt habe ich hier so einen Imbar-Computer, der hier rumimbart. Und jetzt macht das mit Computer irgendwie viel mehr Spaß, muss ich sagen. Zudem glaube ich auch, dass die Grafik computertechnisch besser ist, als die... Alter, ich habe keine Ausdauer mehr und ich fliege hier über Wasser. Ey, bin ich dumm? Unser Vogel kann nicht mehr. Unser Vogel kann nicht mehr. Unser Vogel kann nicht mehr. Okay. Alter, ich muss ein bisschen drauf achten. Aber es ist nicht intelligent, was ich hier mache. Das war es ja noch nie. Ne, und dann... Äh... Ganz voraussichtlich... Äh... Werd... Ich glaube, das kommt Mitte Mai raus. Das neue Doom. Oh, das muss ich auch unbedingt spielen, muss ich sagen. Weil ich habe bis jetzt noch gar kein Doom gespielt. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe die Bücher von Doom gelesen. Ja, es gibt Bücher von Doom und die habe ich gelesen. Dazu kann ich auch nichts mehr sagen, weil das ist schon mindestens sieben Jahre her, wo ich die gelesen habe. Aber es gibt Bücher von Doom. Das ist alles, was man wissen sollte. Kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, die waren super. Das ist quasi wie die Resident Evil, World of Warcraft und Diablo Bücher, die ich alle gelesen habe. Das ist so mein Genre. Das lese ich gerne. Oh, wir können... Wir kommen langsam nach Hause. Nur noch viereinhalb Kilometer. In die falsche Richtung. Und dann nochmal acht Kilometer in die richtige. Und dann sind wir da. Ist quasi geschafft. Ein Katzensprung. Ein Katzenwurf. Ein Katzen mit einem Katapultschleuder. Wurf. Ein Katzen mit einer Rakete auf den Mond schießt. Wurf. Irgendwas mit Katzen und irgendwas mit Werfen. Denkt euch euren Teil. Ne, und ja, das ist es bis jetzt, was so kommt. Ich meine, das ist jede Menge. Jede Menge Triple A. Und dann noch allerlei Indie-Kram und was nicht so alles. Ich hätte auch mal wieder Bock auf ein Horror-Game. Ich möchte eigentlich nicht bis Outlast 2 warten, worauf ich mich ja jetzt schon tierisch freue. Also ich muss sagen, dafür, dass ich nicht so ein großer Fan von Horror-Games bin, kommt da hinten ein ganz schön grauer Nebel auf. Okay. Die dreckige, schwule Lache war umsonst. Die habe ich mir jetzt extra aufgespart. Da kann ich nur einmal im Let's Play machen. Und ja, ja. Habe ich mir jetzt verschwendet, ne? Tut mir leid. Kommt nicht nochmal. Nee, und ich möchte nicht so lange warten. Irgendwas, so, sowas wie Outlast am besten wieder. Ich weiß nicht. Ich finde das total geil. Vielleicht hat er auch irgendjemand eine Idee, was man da mal spielen könnte. Ansonsten. Ja, muss man mal gucken, was noch so kommt. Alles, was ich so das meiste... Ich hätte ja auch gerne auch nochmal einen Simulator. Also, so ein Nicht-Orgasmus-Simulator, sondern den... Das brauche ich nicht spielen. Das kann ich selber. Ach, Mann. Nee, äh, sondern so ein, so ein, so ein, so ein, keine Ahnung, Omnibus-Simulator oder... Oder Hartz-IV-Simulator. Gibt es eigentlich einen Hartz-IV-Simulator? Wo ich halt die ganze Zeit nur rumsitze. Eine Jogginghose. Okay, ich trage gerade eine Jogginghose. Äh, sowas, sowas trage und... Ja, irgendwie so ein Hartz-IV-TV gucke. So wie, 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 wie... Naja, Talkshows sind es jetzt ja nicht mehr. Die sind ja wirklich zu kultiviert für Hartz-IV-TV-Talkshows. Sondern... Äh, wie heißt denn das Ganze, was man da unten... Na, unter uns ja auch nicht. Das ist ja auch schon... Das ist zu alt für Hartz-IV. Äh, hier Berlin... Mitten im... Berlin oder sowas. Oder Brennpunkt Berlin oder... Ah, die... Die Torovos oder wie die heißen. Und dieses ganze komische... Ja... Fernseh-Programm. Und schockierend, dass das echt die meisten Einschaltquoten hat. Ich meine, wer sitzt da vor und guckt sich das an? Ist da irgendjemand, der sich da auskennt? Wirklich in den Kommentaren. Das würde mich echt mal interessieren, was die Leute daran reizt, sowas zu gucken. So ein schlecht geschauspielertes, schlecht inszeniertes und schlecht umgesetztes Serienprogramm. Finde ich so... Furchtbar. Wirklich, ich finde das furchtbar. Und wie kann man denn davor sitzen und sich das angucken? Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, klar, jeder dem, was einen unterhält und was einen Spaß macht, aber ich verstehe es halt einfach nicht, wie man sich das angucken kann. Also ich kann es nicht. Ich kann es noch nicht mal aus Spaß gucken, wenn ich mir sage, ich will mir jetzt irgendwas Lustiges angucken. Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht oder Schwiegersohn gesucht oder Schwiegertransvestit gesucht oder sowas. Das ist... Oh, scheiß, Alter. Ich bin hier mitten über dem Dschungel und habe keine Energie mehr. Ey, Kacke. Ne, wirklich jetzt Kacke gerade. Scheiße. Ne, es ist auch noch neblig. Okay, ähm, wir greifen gleich auf das... Ich hasse Fernsehen wie die Pest. Naja, eigentlich hasse ich es nicht. Es läuft halt nur nichts mehr. Es läuft halt nur nichts mehr, was man lieben kann. Sagen wir es mal so. Hm, eine Kröte. Da kommt die Schlange einfach auf uns an, das Scheißvieh. So, ich muss versuchen jetzt hier irgendwie an dem Scheiß vorbeizukommen. Und unser Tier verhungert hier auch langsam. Nur mal so gesagt. Das hat auch nur noch 336 Food. Ich... Mir geht es noch gut. Das ist wichtig. Mir geht es gut. Ob mein Tier verhungert. So, jetzt sollten wir das eigentlich schaffen. Und wir müssten auch gleich zu Hause sein. Dann muss ich unseren Fleisch- und Maten-Flug... Hamze hier... Habe ich mich nicht so verflogen. Denn dann würde ich hier jetzt auch nicht so einen 10km-Rundflug machen. Aber, da ihr es mit mir zu tun habt, wird es öfter passieren. Denn ich bin eine Orientierungspfeife. Ich gehe zwar viel wandern. Auch in Wälder und in Berge und sowas. Also Main National Park und sowas war ich wandern. Arcadia National Park, falls das irgendjemand noch sagt. Aber da habe ich meine Frau dabei. Und meine Frau hat die Orientierung. Und nicht ich. Ich würde mich selbst in meinem eigenen Schlafzimmer verlaufen, wenn meine Frau da nicht wäre. Oh, der ist voll begeistert von seiner Frau. Ja, bin ich. Gehebe ich auch zu. Warum sollte man das nicht zugeben, dass man stolz auf seinen Partner ist und froh ist, dass man mit seinem Partner zusammen ist? Weiß ich nicht. Kann manche auch nicht sagen. Die schämen sich oder so, in der Öffentlichkeit sowas zu behaupten. Weiß ich nicht. Main, sie wird sowieso nicht gucken. Also ich kann hier erzählen, was ich will. Jetzt ist sie ja sowieso abgelenkt von Germany's Next Topmodel. Da bin ich ja echt zweitrangig. Oder drittrangig sogar. Weil die Werbung da auch noch zwischen ist und die ist auch noch interessanter als ich. Waren wir hier nicht? Haben wir hier nicht unseren Diablo her? Kann das sein, dass wir gleich zu Hause sind? Oh, das wäre ein schöner Traum. Der hat nur noch 183 Food. Ich hatte noch nie einen Dino, der so wenig Essen hatte wie der hier. Oder die hier, besser gesagt. Aber das kriegen wir alles gewuppt. Meine Nase kribbelt. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Jetzt, wo ich es gesagt habe, muss ich jetzt garantiert nicht mehr niesen. Aber das ist gut, denn ich möchte nicht niesen. Ich habe nicht so eine schnelle Ausschaltfunktion meines Mikrofons und niemand will mich niesen hören. Da schüttelt es mich am ganzen Körper. Ja, wir sind zu Hause. Da ist unser Containerschiff. Also es ist echt riesig containerig. Und da ist unser super tolles, endgeiles und echt schnaftiges Haus. So, aber. Was ich jetzt als aller, 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 allererstes mache, ist mein Digimon. Schon wieder Digimon? Alter, jetzt hört es auch langsam auf. Der redet hier nur über Digimons. Der macht hier nur Werbung für seinen eigenen Kanal und redet nur über Digimons, weil er das auch gespielt hat. Der Typ ist erbärmlich, ganz ehrlich. Ich gebe denen allen erstmal Leben, weil sie es alle verdient haben zu leben. Jeder hat es verdient zu leben. Ohne Ausnahme. Kein Staubsauger gerade in der Nähe. Sonst hätte ich gesagt, ah doch da. Du nicht. Ja, so gut, der Witz war jetzt schon ein bisschen verjährt, aber passt schon. So, seine Nahrung steigt. Unsere Freude dabei auch. Und das ganze Fl- Hier liegen Eier rum. Warum liegen hier Eier? Warum sind die nicht in der Pfanne? Mann, mach doch mal selbst was. Trinken brauche ich gar nicht. Ich brauche Kristall. Das kommt hier hinten rein. Ich muss immer noch die Werkbank reparieren, weil irgendein Fröbel da wohl mit dem Kopf gegengeknallt. Ich habe schon wieder das Mikrofon halb im Mund. Heute ist wirklich Mikrofon halb im Mund Tag haben. Ob sie da an, kann ich noch überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe nämlich noch keine Drehbank. Es war auf jeden Fall super, dass wir es mitgenommen haben. Zement habe ich hier noch zu für die Zement drin. Ein bisschen. Zement brauchte ich was für Stein. Ja, leck um mir oder Stein. Kann ich schon irgendwas machen? Oh, toll, eine Tür. Wow, toll, klasse, supi. Stein. Stein. Stein stark. Nee, nee, nee. Habe ich keinen Stein? Wirklich? Oh Gott. Ich habe keinen Stein? Nilschens? Ich habe keinen, ich habe keinen. Ich habe echt keinen Stein. Warum habe ich keinen Stein? Dann muss ich es nur noch öfter sagen. Stein, Stein, Stein. Dafür brauche ich eine Axt, ne? Ja. Ich kann auch jetzt mein Kram wieder mitnehmen. Ja, aber am besten aus der richtigen Truhe. Ja, am besten aus der richtigen Truhe. Gut. Das ist die richtige. Mein blieb jetzt auch nicht mehr viel Auswahl, aber trotzdem. So weit, so gut. Sprach Dr. Hood. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal los Stein sammeln, weil wir haben ja... Das Stein, was wir mitgenommen haben, haben wir ja weggeschmissen, weil das brauchten wir ja nicht. War auch intelligent, sonst hätten wir nämlich weniger Kristall mitnehmen können und Steine kriegen wir überall. Also nicht überall, aber Steine kriegen wir. Gut, dann hauen wir diesen Stein jetzt hier mal ab. Wie gesagt, dann mache ich jetzt noch ein bisschen Zementpaste. Daraus können wir dann... Ah, vielleicht langt das ja sogar mit dem Kristall, dass wir wenigstens vielleicht gerade kein Gartenhaus bauen können, aber schon mal den Anfang machen können. Oh, hier ist Stein drin. Toll. Ne, dann können wir nämlich schon mal den Anfang machen und schon mal da am Haus setzen und einfach mal sehen, wie das aussieht, wie überhaupt diese Glasstruktur aussieht. Ich weiß das nämlich gar nicht. Aufgenommen, Feuerstein. Also fräht jetzt, oder was? Müsste... Na, ich nehme mal lieber genügend mit. Nicht, dass ich hier nachher die ganze Zeit hin und her schwafeln muss. Kann doch sein, dass wir noch ein paar Rombo-Staubsauger töten müssen. Aber das werden wir dann ja sehen. Das kann man dann ja immer noch machen. Beziehungsweise kann ich ja jetzt auch gleich mitmachen, oder? Ein Metall aufgenommen. Metal. Metal. Beste Musikrichtung. Die freundlichsten Menschen. Metaller. Schlimmsten Menschen. Hip-Hopper. Wirklich. Tschö, junger, alle Hip-Hopper da draußen, aber ihr wisst es ja selber. Ihr seid immer irgendwie alle so ein bisschen unfreundlich und komisch. Oh, guck mal, wie die den Berg hochfliehen. Oh, flieht. Wie die den Berg hochfliehen. So, hier nehmen wir noch ein bisschen Zitin mit. So. Ne, also, ich war früher mal Hip-Hopper gewesen. Also so richtig mit Käppi schräg und Kopftuch und so richtig Hose bis an den Knöchel. Ja. Hab Eminem und Sido und Bushido und Agro Berlin gehört. Das war so meine, meine Jugendzeit gewesen. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt höre ich Metal. Speed Metal. Zum Beispiel. Savage Circus. Oder Rob Zombie. Oh, Rob Zombie finde ich ja super, ne? Also die, die Rob Zombie kennen, ich finde so Rob Zombie mega cool. Vor allem, weil... Naja... Need for Speed technisch. Den ersten Teil, da haben wir nämlich... Äh, ein Song gehabt und seitdem finde ich den nämlich mega geil. Da habe ich das nämlich schon zum ersten Mal gehört und dachte mir, yeah, das ist es. Ich weiß aber gar nicht, wie das heißt. Two Plane, One Top. Also nicht Two Girls, One Cup. Das wäre ein anderer Song. Der wäre richtig scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ist quasi in den Mund ge... Ah, ne, komm. Lass das doch. Mensch, ich gehe jetzt hier auf den Dino und reite davon. Ich reite von meinen kranken Gedanken davon. Davon. Mit G? Natürlich mit G. Mit was willst du denn sonst davon schreiben?